So, weiter geht's. Wir müssen versuchen, den nächsten mobilen Raketenwerfer zu deaktieren. Ich glaube, er wird gleich feuern. Das sah ziemlich am Ende der letzten Folge so aus. Auf geht's. Das Ding schießt euch! Worauf zu hell ist die Idee? Wir geben Deckung, der Werfer muss sofort weg! Wer hatte recht? Ähm, viel gescheitert. Ich glaube, das war der Staudamm. Ähm, ähm... Gegen ein bisschen Schwimmen hat doch niemand was. Ähm... Jetzt müssen wir reinlassen. Ja, ja. Rennen im Wasser. Keine gute Idee. Ich komme. Das Wasser strämmt bis zum Hals. Nee, nee, nee. Oh, tief Luft. Hä? Ähm... Ähm... Darf ich frei sprechen, Sir? Was gibt es? Ich denke, wir brechen ab. Das Arschloch hat die Stadt geflutet. Und die Hälfte seiner eigenen Leute erledigt. Und die Hälfte unserer Leute. Wir sind Ghosts, Merrick. Wir beenden die Mission. Ja, aber das hier ist anders. Gibt es noch was zu sagen, Sergeant? Nein, Sir. Das wird nicht viele gehalten. Das ist heiß da draußen. Gut, finden wir dieses Arschloch. Mindestens drei fallen dir zehn Meter ab. Wachsam, Daddy. Macht ihr da jetzt. Wir sind die dahinter an. Wir können nicht länger warten. Und los! So. Das ist noch nicht, Herr. Wir sind geschossen. Viele Reise angreifen. Ich habe jetzt nicht bemerkt, dass wir geschossen werden. Ich habe das zwei Konfetti bis jetzt hier kommen. Wenig Munition. Geht hier eine Munitionskiste zufälligerweise irgendwo? Okay. Das mit der Munition hat sich erledigt. Hui. Windwasser fahren. Oh, oh, oh. Jetzt gibt es wohl nur noch uns, Bruder. Los für das Scheiße, Russer. Ich will die Axt. Noch zwei voraus. Du gehst da runter. Ich nehme die Flanke. Herlegen Sie auf dein Zeichen. Puffe. Schnapp dir eine von den Waffen. Puffe. Mainz. Überleben ist das Wichtigste. Gehen Sie nach oben. Hopp. Wie in alten Zeiten, Vasilaias. Die Stadt der Welt. Wir haben keinen Zeit mehr. Wir können wohl nur hier entlang. N. Oh, 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 oh. Ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Ich schaffe das, ich schaffe das. Auf der Zeit. Oh. Da wollte ich nicht stehen. Wir berührten beide zu mir. Feindlicher Hayley. Bereit machen. Hm. Rocket are die. Meins. Bestimmt habe ich schon welche übersehen. Aber egal. Ich komme. Ich komme. Verstanden. Sind unterwegs. Na los. Bis die immer alle in die Mauern eintreten können. Wow. Wir retten wohl mal wieder Beriks Arsch. Mal wieder. Haha. Okay. Wir sammeln uns. Schnappen mal Markro. Hier runter. Ach, da. Runter. Runter. So. Eins. Das war der da oben dran. Die da oben. Runter. Hallo. Hallo. Ich bin der Neue. Hm, der freut sich bestimmt über das Geschenk. Ähm, was hat der da gerade gemacht? Eine Rolle? Die kommen von hinten, die kommen von oben. Ach da. Das knarrt hier so. Bitte rüber. Ich möchte hier nicht länger bleiben als notwendig. Ein Feuer unter Wasser. Interessant. Sehr realistisch. Das Feuer möchte ich auch gerne haben, das unter Wasser brennt. Da ist noch einer. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich auch. Ihr seht mich natürlich auch. Hehehehehe. Du 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 du. Da sind viele. Sehr, sehr viele. Hier eine Grenade. Ich sehe dich, Gott. Geh dir dich, Gott. Hier. Ich sehe dich. Fung. Das war schlug. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Das war eine Bruchlandung. Komm, gib mir die Hand. Gib sie. Tut mir leid, mein Freund. Und was hast du getan? Ich traf die schwerste Entscheidung meines Lebens. Ich ließ ihn los und rettete die anderen. Was ist mit ihm passiert? Wir haben seine Leiche wochenlang gesucht. Dann wurden wir abgezogen. Und er hat es vermisst. Aber wieso jagt der Ghosts? Die Federation hat ihn gefunden. Und wenn sie ihn umdrehen konnten, dann schaffen sie das mit jedem. Und ein Ghost hört erst auf, wenn seine Mission beendet ist. Findet ihn, bevor er uns findet. Genau. In Caracas ist ein Mann, der weiß, wo er schläft. Victor Ramos. Er leitet die Forschung für die Federation. Nur wenige Männer sind Rocks Freunde. Ramos ist einer von ihnen. Für Rock. Müssen wir zurück nach Caracas. Wo alles begann. Auf geht's. Tag der Federation. 15. Juni. 0.41 Uhr. Caracas, Hauptstadt der Federation. Logan Walker. Tup tup. Oh, wie schön. Der ist für mich. Zeit, die Maske zu verdienen. Das ist das Ziel. Wir sind damit, wie soll sie identifizieren. Scarecrow, hier ist 6.2, den Material wird übertragen. Verstanden. Fange Übertragung. Reinige das Signal. Unser Ziel ist auf dem Dach vor uns. Identifizieren. Ah, da. Auf dem Helikon zentrieren. Master. Da. Empfange dann. Komm, dreh dich um. Dreh dich um. Dreh dich um. Sie bestätigt. Die Mission beginnt. Bestätigt. Scarecrow, 6.2, enter. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich glaube, es ist das. Uiih 2, 2, 1 und weg Dörrum, dörrum Reiche sicher! Am nach unten Feinde unter uns! Durch das Licht am ehren werden wir uns nicht sehen Der Typ am Tisch ausschalten Gut, erreicht! Erledigen wir die anderen Seiten Auf dein Seichen Ziele ausgeschaltet. Wir sind sicher. Wir sind sicher. Wir sind sicher. Und weiter. Der Vertraue ist auf dieser Etage. Die Stromversorgung ist ganz hin. Los. Speisen Sie den Virus ins Stromnetz ein. Wird erledigt. Okay. da kommt jemand ziele nähern sich schneller komm 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 Komm, komm, komm. Das neue Filo. Fällt hier gar nicht auf, wenn hier auf einmal so zwei Löcher in der Scheibe sind. Ähm. Ähm. Tschüss. Da ist einer gefallen. Hey. Hui. Oh. Und der andere kommt ganz lässig runter. Yeah. Wir müssen die Aufzüge ausschalten, damit er nicht abhauen kann. Ab die Hauptaufzüge im Westflügel. Wir treffen uns, um die anderen Aufzüge auszuschalten. Ja. Kicken noch. Das ist Kicken. Gut. Das ist Kicken. Okay. Ich sehe einen Hubschrauber draußen vorm Fenster. Ich sehe fünf Ziele vor uns. Alle tot? Ja, alle tot. Ne, keiner lebt. Keiner lebt. Rechensichern. Hash, bitte kommen. Aufzüge sind offline, sekundär Aufzüge noch aktiv. Verstanden, bis gleich. Verstanden, bis gleich. Verstanden, bis gleich. Verstanden. Ja, wird erledigt. Sehe schon, die Folge hat ein wenig Überlänge. Egal, ich möchte gern die Mission auch in dieser Folge wenden. Äh. Da lang. Gut. Aber auch nur fast. Du, 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 du. Ich hab gehört, du brauchst Hilfe. Wir scheinen den Strom der Aufzüge aus. Wir haben Gesellschaft. Da kommt's. Zeit zum Aufrüsten. Okay, aufrüsten. Wir werden Zeitbewegung. Granate, granate, granate. Mein liebster Feind. Ziele ausgeschaltet. Die Veränderladung, ich sicher den Ausgang. An den Saalen einklinken. Da. Einklinken, ich bin hinter dir. Na kommen Sie! Los! Hey, fall doch nicht auf mich. Ich hab's gedrückt. Ich hab's gedrückt. Ich hab's gedrückt. Ich hab's gedrückt. So wie sich das natürlich gehört für richtige Shooter-Spieler. Einfach rein. Hallo. Auf Wiedersehen. N. Granate. So, die beiden sind auch weg. Nee. Wenig Munition. Kein Problem. Und er ist nicht hier. Hash. Mich Happy. Oh, I need to richtig tomorrow. Er wusste von euch. Wo ist Rock? Wo ist er? Ich weiß es nicht. Keiner weiß es. Hash. Du hast fünf Sekunden, um uns Rocks position zu verraten. Er ist nicht hier. Zwei. Seine Position ist da drin. In einer verschlüsselten Datei. So, so, so. Wenn das mal nicht der Leben der Tote ist. Rock. Ich wusste, er würde den Brotkronen verhören. Von Miskel wolltest meinen Vater töten. Hash. Die Söhne von Elias Walker. Jungen, die Männerarbeit erledigen sollen. Wo bist du, Rock? Es ist egal, wo ich bin. Nicht egal ist, dass die Ghosts mich vor zehn Jahren zurückgelassen haben. Und von dieser Macht an. Lehmt Elias mit dem Wissen seine Söhne in den Tod geschickt zu haben. Oh, oh. Raus hier! Ähm. Da. Scarecrow, die Mission ist gefährdet. Versuchen, evakulieren uns über den Zweifel nicht zu fahren. Ah, da. Wo woran da wo? Hier rein. Wir müssen ein Fenster finden bevor das ganze Gebäude einstirbt. Fenster erfolgt! Verstanden! Wir sind von hier links! Oh, man. Ja, nein, nein, nein. Leicht wenig verwollt im Moment. Oh, Mist. Ah. ! Da. 護 Sai! Ha da! Dann wo? Es bleibt advisor- Beside nicht auf! Oh, Mountains! Speisen wir Musik sehr hart an. S呵nisch abBI Data Scarecrow, wir sind in der Luft, unter links und nach um Deckung. Gute Arbeit, ihr zwei. Und jetzt verschwindet er. Puh. Eine Falle. Ramos Laptop ist schwer beschädigt, aber Norad konnte was finden. Rock? Er ist alle zwölf Stunden in Bewegung. Aber für die nächsten zwölf kennen wir seine Position. Ein schwimmender Industriekomplex im Golf, besetzt von der Föderation. Sie nennen ihn den Freihafen. Das war Norads Fund und sie wollen ihn lebendig. Ihr bekommt ein paar Vögel für die Jagd. Ich koordiniere die Einheiten von Spectra aus. Das wird eine verdammt wilde Jagd. Fette Beute, aber ihr wisst, was zu tun ist. Aber, wie gesagt, ich wollte die Mission fertig machen. Hiermit beendige ich die Folge. Macht's gut, euer Heinzelmann. Und jetzt wissen Sie, was竹